Bei Infrastrukturprojekten und wie kann Bürgerbeteiligung gelingen? Erst mal ganz kurz etwas zu mir. Ich habe seit 20 Jahren eine Firma Steinbeiß Mediation, Wirtschaftsmediation und ICO mit Dr. Barth GmbH und Co. KG und ich habe eine Professur für Konfliktmanagement und Mediation. Ich bin an der Steinbeiß Hochschule und gebe auch Deutschlands größte Fachzeitschrift hinsichtlich Konfliktbearbeitung heraus, die Mediation, also in Deutschland und in Österreich. Ich bin auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mediation und ansonsten also nicht nur akademisch tätig, sondern ich bin im größten Teil meiner Zeit verbringe ich mit Moderation, Mediation, Ausbildung von Mediation wesentlich in der Wirtschaft. Und vor knapp zehn Jahren war so die Idee, dass man nicht nur die unmittelbaren Mediationsverfahren macht, sondern dass man für diese aufkommenden Bürgerbeteiligungsprozesse auch Mediation benötigt, weil wir zunehmend eskalierte und hoch eskalierte Konflikte dabei haben. Wir bezeichnen das dann so als mediative Moderation. Ansonsten sind wir so ein Beratungsinstitut, denke ich, im Konfliktmanagement, gehören wir zu den Führenden in Deutschland, machen sehr viele Öffentlichkeitsbeteiligungsprojekte, sowohl in Kommunen, also in Gemeinden und auch grenzüberschreitend. Und gerade Deutschland, Polen haben wir jetzt ein Projekt, haben jetzt auch vom Sächsischen Staatsministerium für Energie und Klimaschutz einen Preis bekommen für Bürgerbeteiligung. Alles das können Sie ja, Sie können sich ja diese Präsentation runterladen, sodass Sie das nochmal in Ruhe nachlesen können. Also grundlegend bin ich in dem Bereich tätig, über den ich jetzt rede, gerade in Solarparks, also im Beginn gerade Solarparks. Wir haben Windenergieparks, die wir betreuen und Verteilung und im Verteilnetzausbau betreuen wir mehrere Trassen, also wo wir Bürgerinitiativen, Kommunen, Vorhabenträger und Bürger zu einem konsensualen Prozess versuchen, zusammenzubekommen. Vorab einige, also wie gehe ich vor? Ich werde ein paar Grundthesen, die grundlegenden Thesen bringen. Als zweites dann kurz eine große Studie darstellen, die wir im vergangenen Jahr gemacht haben zur Bürgerbeteiligung. Und dann werde ich mal auf verschiedene praktische, handwerkliche Sachen eingehen. Also wie geht man vor mit Kommunen? Wie baut man so einen Prozess auf? Und zum Schluss bleibt doch sicherlich ein bisschen Zeit für Fragen. Erste These, für die Akzeptanz der Energiewende wird eine dialogische Bürgerbeteiligung benötigt. Und die wird immer wichtiger, weil Beteiligung bedeutet, sich mit allen Betroffenen auseinanderzusetzen und niemanden auszuschließen. Und gerade Gegner gilt es gezielt anzusprechen und zu Beteiligten zu machen. Also die Grundthese ist, mit allen reden. Also ich schließe niemandem aus und wir widmen uns mit unserem Team auch allen, auch denen, die nicht bereit sind zu reden. Sich jetzt hier gerade jemand gemeldet. Wir machen das dann hinterher, was es so an Fragen gibt. Und die zweite These ist, Bürgerbeteiligung darf keine Scheinbeteiligung sein. Also das bedeutet ganz praktisch, Bürger, Vorhabenträger dürfen keine fertigen Lösungen präsentieren. Und sie müssen die Bürger als Gestalter glaubwürdig an der Lösung mitwirken lassen. Und dies verlangt grundlegend einen Perspektivwechsel. Also den muss man also von der Haltung sich etwas umdrehen und sagen, Bürger sind nicht Bremser, sondern sie sind Schrittmacher in einem Beteiligungsprozess. Wenn man das in seinem Kopf hinbekommt, dann geht man auch anders mit den betroffenen Beteiligten um. Erster Einstieg, unser Steinbeiß-Bürgerbeteiligungsreport. Die ausführliche Variante können Sie sich auch runterladen. Unten steht auch der Link, wo Sie sich das alles anschauen können. Wir haben eine Umfrage gemacht. Wir hatten also einen großen Pool an Fragen entwickelt. Und dann haben wir eine Agentur beauftragt, die 2000 Bürger in Ost und West befragt hat. Also das ist eine repräsentative Umfrage dazu. Und ich habe mal so wesentliche Folien hier mal deutlich gemacht. Die erste wäre die Wahrnehmung von Infrastrukturprojekten. Das heißt, sehen, haben Bürger in den letzten drei Jahren so etwas wahrgenommen, dass etwas in ihrem Wohnumfeld passiert. Und da kann man sagen, die Hälfte der Befragten, nochmal, das ist ja eine repräsentative Umfrage, also die Hälfte haben diese Infrastrukturprojekte wahrgenommen. Also wenn wir das jetzt nochmal schauen, wo liegt denn Konfliktpotenzial? Also wie hoch schätzen Sie das Konfliktpotenzial bei Energieinfrastrukturprojekten ein? Und wenn wir darauf schauen, dann sehen wir, das höchste Konfliktpotenzial hat die Windenergie. Also Windkraftanlagen, die liegen, wenn wir jetzt hier unten mal schauen, also vom Graubereich beginnen, sehr hoch 13, eher hoch 35 und dann eher hoch 34, sehr hoch 35. Dann liegen wir hier so bei fast 80 Prozent, dass ein sehr hohes Konfliktpotenzial dort gesehen wird. Das muss man nochmal genau betrachten. Das heißt, wenn dort so ein hohes Konfliktpotenzial ist, dann muss auch der Aufwand entsprechend groß sein, den man in Beteiligungsprojekten dann entsprechend tut. Und die anderen liegen etwas wesentlich niedriger. Und vielleicht sollte man noch sagen, wir haben Ost und West befragt. Und das Interessante dabei ist, dass wir diese Trennung für unsere nächste Studie nicht mehr so halten können. Weil Ost und West sind sich im Wesentlichen gleich. Es gibt bis auf ein Item keine signifikanten Unterschiede. Das fand ich auch ein interessantes Ergebnis. Wenn wir weiterschauen, wo liegt eigentlich, wo liegt das größte Konfliktpotenzial? Insbesondere beim Ausbau der Windenergie, dann ist es der Eingriff ins Landschaftsbild. Und hier liegt Ostdeutschland ein Stückchen höher. Aber der Knackpunkt ist, also bei allen Infrastrukturprojekten, das kann man ja auch ein bisschen ausweiten, der liegt bei den Eingriffen ins Landschaftsbild. Deshalb bedarf auch das wieder einer großen Aufmerksamkeit und einer Flexibilität, denke ich, bei Projekten, das besonders zu berücksichtigen. Und eine zweite Geschichte, die immer wieder kommt, wenn wir Projekte begleiten bzw. durchführen, dann ist es das Argument der Wertminderung von Grundstücken. Auch hier, denke ich, bedarf es noch einiges, ich sage mal, Gehirnschmalzes, um dort Menschen zu beruhigen, sozusagen. Und da hängen Biografien dran und da hängt vor allem Zukunft daran. Also, um das mal an einem Beispiel zu machen, dass jemand sagte, wenn die Leitung oder das Windrad hier entlang kommt, dann verliert unser Grundstück erheblich an Wert. Und wir sind jetzt 70 Jahre alt und wir wollen dann, wenn wir nicht mehr können, wollen wir uns einen Pflegeheimplatz sichern. Die Fantasie ist, erstmal, wir verlieren dort Zehntausende Euro und dann können wir vielleicht unseren Pflegeheimplatz nicht mehr bezahlen. Also hier, da kann man kommunikativ viel machen, aber ich denke, da ist auch materiell nötig, darüber nachzudenken, was man dort in Zukunft machen kann. Weil das so ein grundlegendes Argument ist, dem wir in allen Projekten begegnen. Die nächste Frage war, wie wichtig sind aus Ihrer Sicht die Beteiligungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Mitwirkung an der Planung und Umsetzung von Vorhaben. Also jetzt nicht im Windenergiebereich spricht man bei Beteiligung oft, meint man immer das Finanzielle. Also uns ging es in der Frage eher um die Mitwirkung. Und wenn wir hier drauf gucken, dann sehen wir, wie wichtig Bürgern diese Mitwirkung ist. Also ganz oben Windenergie, sehr wichtig, 33 Prozent, eher wichtig, 43. Dann sind wir hier schon ein ganzes Stück über 70 Prozent, also dass man mitwirken möchte. Die anderen sind ja auch nicht zu verachten, die Zahlen. Das heißt, wir brauchen wesentlich mehr Aufmerksamkeit in der Mitwirkung und ich komme später noch dazu. Mitwirkung bedeutet ja wesentlich die frühe Bürgerbeteiligung und nicht die formale Bürgerbeteiligung, weil die haben wir ja schon lange im Land. Und wenn wir jetzt schauen, wie zufrieden sind denn Bürger mit dem Angebot der Mitwirkung, dann können wir hier mal schauen, dass ja bei allen, ob Stromnetze, Solarenergie, Biomasse oder Windenergie, die Unbekanntheit der Beteiligungsmöglichkeit ziemlich hoch ist. Wir sind auf jeden Fall überall über 34 Prozent dann sehr unzufrieden. Das hält sich in Grenzen, aber eher unzufrieden, wenn wir das mal alles zusammenrechnen, dann sind wir da auch schon wieder über 70 Prozent. Das heißt, wir haben noch wirklich sehr viel Luft nach oben, der Mitwirkungswunsch von Bürgern gerecht zu werden. Und das würde ich meinen, das ist ein demokratisches Grundprinzip in einem Gemeinwesen, dass Bürger bei Veränderungen in ihrem Wohn- und Lebensumfeld mitwirken dürfen und mitwirken können. Ich denke, das hat auch noch mal wesentlich etwas mit der Einstellung zu tun. Ich komme später noch mal drauf, dass es natürlich auch ein finanzieller Vorteil durchaus sein kann, wenn man für Vorhabenträger, wenn man Bürger beteiligt. Hier noch mal eine andere Grafik. Bürger haben großes Interesse, bei Infrastrukturprojekten mitzuwirken. Wenn wir hier mal drauf schauen, gesamt sind es schon 30 Prozent grundsätzlich und 33 Prozent noch mal, sofern sie direkt betroffen sind. Und was aber noch mal so circa über 20 Prozent möchten, informiert werden. Das heißt, das ist ja in Ost und West sehr gleich. Das heißt, wir liegen bei fast 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die in irgendeiner Weise einbezogen werden möchten, wenn es zu Infrastrukturprojekten in ihrer Region kommt. Es sind ja wahrscheinlich viele Vorhabenträger auch hier dabei. Das müsste man sich jetzt noch mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Kann jeder mal in seinem Unternehmen als Vorhabenträger mal schauen, wie viel man da tatsächlich tut und wie viel man frühzeitig tut. Und ich habe jetzt das, ich betone immer wieder das Wort frühzeitig. Weil wenn wir darauf schauen, was ist für die Bürgerinnen und Bürger besonders ausschlaggebend, dann ist es schon mit signifikantem Abstand die frühzeitige Information der Betroffenen über die Öffentlichkeit und auch als Beteiligung. Das sind hierbei, also hier reißt ganz leicht der Osten ein bisschen als leichter Ausreißer. Wenn wir noch mal weiterschauen, dann was ist dann noch Bürgerinnen und Bürgern wichtig? Dann eben schauen Sie mal auf die rechte Seite. Da haben wir sehr stark gegenseitiges Vertrauen, Transparenz der Entscheidungsprozesse und Glaubwürdigkeit. Und da denke ich, haben wir noch mal auch einen gewissen Kulturwandel zu bewältigen oder Change-Prozess, wie man das auch immer bezeichnet. Denn so historisch gesehen erlebe ich in den Projekten, dass Bürger immer wieder berichten, dass sie bei vorherigen Projekten wenig einbezogen wurden, dass sie durchaus belogen wurden, dass man zwar mit ihnen geredet hat, dann aber alles ganz anders gemacht hat und nicht wie abgesprochen. Das heißt, man hat in dem Projekt noch mal viel damit zu tun, alte Konflikte irgendwie noch mal zu besprechen, die man nicht selbst als Vorhabenträger nicht selbst verursacht hat. Aber die spielen immer eine Rolle. Das heißt, Vertrauensaufbau, Transparenz und Glaubwürdigkeit. Und das möglichst frühzeitig aufzusetzen in so einem Prozess. Das wären für mich so die zentralen Punkte, die man einem beim Beteiligungsprozess berücksichtigen sollte, muss. Jetzt haben wir die Bürger gefragt, welchen Nutzen könnte das Ganze denn haben? Und mit Abstand kommt heraus Vorbeugung von Konflikten, wenn man beteiligt. Und als zweites auch noch ein sehr hoher Wert, Vermeidung von Klagen. Und das ist ja das, was Vorhabenträger besonders ausbremst, was hohe Kosten verursacht. Wenn am Ende eines Prozesses dann die Klagen stehen, dann kann das wieder Jahre gehen, bis ein Projekt umgesetzt werden kann. Seien es Windräder oder seien es verteilnetzausbau. Was ja auch bei uns noch in Deutschland noch viele Vorhaben beinhalten. Das wäre so ein Ausschnitt aus unserer Studie. Und wenn wir jetzt, ich habe ja noch mal zwei Folien, die das deutlich machen sollen. Und das stammt aus der Forschung von Brettschneider von der Uni Hohenheim. Der hat zwei Graphen aufgestellt, wo es um die öffentliche Wahrnehmung eines Projektes geht und die entsprechenden Kosten. Also wenn wir auf die linke Grafik schauen, dann sehen wir den blauen Graph als den Kosten und den anderen als den, was die öffentliche Wahrnehmung abbildet. Und hier kann man sehen, also wenn man wenig öffentliche Wahrnehmung erzeugt, da sind die Kosten erstmal relativ niedrig. Aber je mehr der Prozess voranscheidet, also man ins Plan-Test-Stellungs-Verfahren kommt, dann kommt zwangsläufig die Wahrnehmung der Öffentlichkeit und kann man gut sehen, dass am Ende die Kosten immer weiter steigen. Und zu Beginn hat man in der Vorplanung hat man dann Ruhe. Die meisten, also doch, könnte fast sagen, also viele Vorhabenträger scheuen zu Beginn, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen, weil man dann immer auch mit sehr viel Widerstand rechnet. Und man muss sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen, man muss sehr viel kommunizieren, man muss die Bürgerinnen und Bürger abholen. Und das heißt aber auch, das heißt auch, zu Beginn haben wir hohe Eskalationen. Die Kosten sind dann auch höher. Wenn wir jetzt auf den anderen Graph gehen, dann sehen wir öffentliche Wahrnehmung sehr hoch. Könnt ihr auch den noch ein Stückchen weiterziehen und sagen, da sind doch Eskalationen, also die Eskalationen nehmen erstmal zu. Aber dann, wenn man diesen hohen Aufwand nicht gescheut hat, dann beruhigt sich das Ganze und die Kosten steigen nicht mehr. Also wir schließen jetzt eine Trasse ab, was sehr selten passiert, eine Parteienetzausbau, also Hochspannungsleitung, die wir abschließen, ohne dass es eine Klage gibt. Und das spart natürlich, das spart dann eben enorme Kosten. Jetzt können wir dieses Beteiligungsparadoxon, vielleicht kennen Sie das, also je weiter der Prozess voranschreitet, umso geringer sind die Einflussmöglichkeiten. Aber der Wunsch nach Einflussnahme nimmt eigentlich dem zu, je länger das Projekt vorangeschritten ist, aber die Möglichkeiten nehmen ab. Das muss man sich immer nochmal deutlich machen. Das ist auch für die Arbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern wichtig, dass man viel Öffentlichkeitsarbeit macht, weil sie jetzt zu Beginn so eines Prozesses doch an der Lösungsentwicklung mit beteiligt sein können. Später eben nicht mehr. Dann bleibt bloß noch der Klageweg. Wenn wir diesen Prozess mal so exemplarisch abbilden, was machen wir in einem Dialogprozess? Der erste Schritt ist, dass wir eine ressourcenorientierte Stakeholder-Analyse machen. Also wir schauen in dem Gebiet nach allen möglichen Betroffenen, möglichen und Beteiligten. Und zu diesen bilden wir dann Hypothesen. Also was könnten deren Interessen an dem, welche Bedürfnisse, Interessen könnten Sie mit solch einem Projekt verbinden? Es ist sehr wichtig, dass es gelingt, möglichst alle zu finden. Und nicht, dass zum Ende des Prozesses plötzlich eine Firma auftaucht, die sagt, also das passt mir jetzt hier gar nicht. Das schädigt mich wirtschaftlich. Haben wir auch schon gehabt. Und dann hat man nochmal einen langen Verhandlungsprozess. Also eine ausführliche, ressourcenorientierte Stakeholder-Analyse. Und das dann nach der Beauftragung durch einen Vorhabenträger. Und wir als Agentur, wir verstehen uns in solch einem Prozess, auch wenn wir bezahlt werden von einem Vorhabenträger, verstehen wir uns aber als Vermittler zwischen allen Beteiligten. Und das formulieren wir auch so, dass wir dafür da sind, um die Interessen und Bedürfnisse aller anderen Stakeholder jenseits des Vorhabenträgers deutlich zu machen und auch gelten zu machen. Solch ein Prozess beginnt für uns immer auf der politischen Ebene. Das heißt, wenn wir uns als demokratisch, wenn wir das Gemeinwesen betrachten, dann ist der erste Ansprechpartner das Landratsamt, der Landrat. Danach gehen wir zu den Bürgermeistern und zu den regionalen Planungsbehörden. Und danach, möglichst schnell danach, werden die Gemeinderäte und Stadträte einbezogen. Und auf dieser Ebene siedeln wir auch die dann meist schon bestehenden Bürgerinitiativen an. Weil sie haben auch eine gewisse demokratische Legitimation. Und sie stehen aber nicht über Bürgermeistern, also in unserer Wahrnehmung. Weil das andere sind Gewählte und das Zweite sind, sagen wir mal, selbsternannte Beziehungsweise Vertreter von Bürgergruppen. Und dann gehen wir in die Gespräche mit weiteren Akteuren. Das können jetzt bestimmte Behörden sein, das können wichtige, das können Unternehmen sein, das kann auch mal der Sportverein sein, China oder der der NABU oder der BUND, sodass wir diese Akteure einbeziehen. wenn der nächste Punkt ist mediale Berichterstattung und Kommunikation, dann ist es unser Prinzip, dass wir sagen, das nehmen wir wesentlich als Agentur in die Hand. Weil es wird in der Öffentlichkeit oft sehr als sehr schwierig wahrgenommen, wenn ein Vorhabenträger kommuniziert. und wir kommunizieren das, worum es dem Vorhabenträger geht und wir kommunizieren aber auch das, worum es anderen Stakeholdern geht. Also um das mal so deutlich zu machen, wenn wir einen runden Tisch organisiert haben und wir anschließend eine Presseerklärung machen, dann kommt in diese Presseerklärung sowohl das hinein, was ein Vorhabenträger aus dem Ergebnis des runden Tisches gerne kommunizieren möchte, wie auch im Zitat alle Bürgermeister oder Bürgerinitiativen aus diesem runden Tisch. Das heißt, auch die kritischen ablehnenden Äußerungen werden mit Namen und Vertreter jeweils in der Presseerklärung zitiert. Das läuft dadurch dann sehr gut bei jeder Sicht vor demokratisch legitimierte Repräsentanten, dass die gegenüber ihrem Klientel auch deutlich sagen können, ich habe unsere Interessen hier deutlich gemacht. Und diese Presseerklärung bekommt sowohl die Presse als auch alle anderen Akteure in dieser Region. Das heißt, schon im Rahmen der Stakeholder-Analyse eruieren wir alle E-Mail-Adressen von der Feuerwehr, vom Sportplatz, von Arbeitsgemeinschaften. Und die bekommen diese Mitteilung auch, weil der positive Effekt daran ist, dass wir nicht nur die Presse als Informationsmedium haben, sondern auch alle anderen. man begegnet mit Unterjournalisten, die versuchen, Sensationen zu bauen. Und dann kommt etwas heraus, was gar nicht so das Ergebnis eines bestimmten Eisrunden Tisches war. Also solche Erlebnisse haben wir auch schon gehabt. Und deshalb nehmen wir das Ganze in die Hand und versuchen, alle Bürgerinnen und Bürger selbst zu informieren. Und dann kommt das, was man so traditionell auch macht, also Informationsforen und Projektwerkstätten. Dazu sage ich später noch mal etwas. Also wichtig ist, ein strategisches Akzeptanzmanagement nach vorn zu schauen, adaptiv, das heißt, zu schauen, was verändert sich, da muss man auch wieder etwas im Prozess verändern. Aktives Informationsmanagement von uns aus und ist, nicht anderen zu überlassen. Also, wir machen es jetzt noch mal punktuell bringen, Dialog auf Basis von Interessen und Anliegen führen. Das heißt, wir eruieren das, was Bürgerinnen und Bürgern und allen Stakeholdern wichtig ist und wir gehen nicht in den fachlichen Dialog rein, sondern das Erste, was man machen muss, ist herauszubekommen, um was ist denen, die dort im Umfeld wohnen, agieren, wichtig, worum geht es denen. Das alles tief zu hinterfragen, damit man sowohl individuelle und Gruppeninteressen auch herausbekommt. Das wäre so das Mediative an diesem Prozess, wo man dann in einen informellen Dialog geht. das nochmal deutlich zu machen, es geht um die vollständige Erfassung der Interessen und Anliegen der Akteure, also Bürger, Unternehmen, Kommunen, Verbände, Töps. Und das, was wir kommunizieren, ist immer nicht das Durchsetzen dessen, was einem Vorhabenträger wichtig ist, sondern wir haben einen auf Konsens und Kompromiss orientierten Verhandlungsstil. Bei Infrastrukturprojekten sage ich mal, müssen alle irgendwo Federn lassen. Und das Wichtige ist, man kann es ja mal so formulieren, am Ende müssen alle unzufrieden sein. Und nicht alle ganz zufrieden, weil jeder irgendwas aufgeben muss. So ein Infrastrukturprojekt ist in der Regel ein Festival der Freude, wenn es dann am Ende realisiert wird. Das sollte man auch immer im Hinterkopf haben. Das, was wichtig wäre in diesem Prozess, nochmal das Prinzip der Transparenz. Das heißt, es sollten auch alle Fakten kommuniziert werden, dass alle Parteien auf demselben Informationsstand sind. Und es ist auch wichtig für eine solche Agentur, dass man mit dem Vorhabenträger so zusammenarbeitet, dass man sie auch darauf hinweist, dass sie selbst transparent sein müssen und nichts geheim halten, sozusagen. Weil es kommt alles wieder in den Prozess hinein und am Ende entsteht dann Misstrauen. Weil warum haben sie uns dieses und jenes nicht schon vorher erzählt? das haben sie doch gewusst. Und eine zweite wichtige Sache ist, diese Offenheit zu kommunizieren. Das heißt, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, ein Projekt zu realisieren. Weil Bürgerinnen und Bürger glauben oftmals, also wenn man wirklich offen arbeiten möchte, die glauben, es steht schon alles immer fest und man tut nur so, als ob. Also das ist auch nochmal eine gewisse Kunst im Verhandlungsstil. Das Prinzip von Allparteilichkeit bedeutet, allen Beteiligten muss Raum geboten werden, sich einzubringen. Und man muss diese Betroffenheiten auch erkennen, wer wie betroffen ist. Und wenn ich sage, allen muss Raum geboten werden, dann heißt das für mich und für uns auch, für unser Team, wir reden wirklich mit allen und wir haben keine politischen Vorbehalte. Und das heißt auch, man sollte in solchen Prozessen aufpassen, dass man nicht in politische Dimensionen geht, sondern es geht immer um ein konkretes Projekt und wie das realisiert werden kann. Und man sollte aufpassen, dass man sich nicht in Diskussionen über die Politik der Bundesregierung oder der Landesregierung einlässt oder ähnliche Geschichten oder irgendwelche Weltbilder, sondern es geht immer darum, hier wird ein Windrad gebaut, wie kann man diesen Windpark so gestalten, dass möglichst viele damit einigermaßen leben können. Es geht ja auch darum, einen Rahmen zu schaffen, in welchem ein Dialog möglich ist. und hier ein Rahmen sind nicht nur Regeln, wie man miteinander umgeht, also welchen respektvollen Umgang, welche Prinzipien man hat, sondern ein Rahmen bedeutet auch ein entsprechendes Setting. Und ich gehe mal hier ein Stückchen drüber. Also Setting bedeutet, wie ich Tische, Stühle, Parteln baue, das strukturiert auch die Kommunikation. Wir haben, es ist ja sehr wichtig, wenn sich größere Menschen, Mengen von Bürgern versammeln und informiert werden wollen, dann haben wir immer einige, die dagegen sind, wir haben einige, die sind neutral, wir haben andere, die würden das schon befürworten und manche wollen bloß Informationen haben. und man muss aufpassen, dass nicht eine bestimmte Menschengruppe die anderen dominiert und da haben wir so verschiedene Settings entwickelt, also das, was ich jetzt gleich darstellen werde, das kommt aus, das haben wir während der Corona-Zeit entwickelt und machen das jetzt auch so weiter. Das heißt, damals durften ja nicht so viele Menschen in einen Raum. wir haben dann verschiedene Slots entwickelt, also man konnte sich anmelden, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr und wenn es nicht reicht, 20 Uhr und dann war die Zahl der Personen begrenzt auf 12. So, das heißt, ich habe immer am Eingang 12 Personen und die werden eingangs informiert und dann an den Ständen vorbeigeführt und dann wird ihnen erklärt, was da gerade passiert und sie können dann entsprechende Fragen stellen und in die Diskussion gehen. Das führt dazu, dass man eine starke Nähebeziehung herstellt. Also man ist wirklich für die Bürgerinnen und Bürger da, weil es ist eine Person, die führt sie durch und an verschiedenen Ständen stehen nochmal Personen. Das heißt, es gibt ein sehr enges Verhältnis und es entsteht Vertrauen und wir haben nicht dieses Problem, dass bestimmte erregte Bürger den ganzen Kommunikationsprozess dominieren. Weil auch in diesem Setting kann man sich Bürgern, die besonders eskalierten Zustand sind, kann man sich gut zuwenden und gerade diese brauchen mehr Zuwendung als andere, weil bei denen ihre Interessen, Bedürfnisse, ihre Anliegen sind irgendwo verletzt und die brauchen jemanden, der ihnen zuhört und der darauf eingeht. Also das wäre so ein Setting, was sehr viel Nähe und persönliche Kommunikation ermöglicht. Ein anderes Setting, das wir schon mehrmals eingesetzt haben, so etwas wie eine Projekt Werkstatt. Das heißt, wir haben hier, wir haben bestimmten Stand erreicht, also Informationsveranstaltungen gemacht und jetzt geht es darum, wo gehen wir denn jetzt lang mit dem Projekt. Da haben wir vorne eine Repräsentanten, das ist das, wo da 17 Stühle stehen und vorne ist die Moderation und jetzt wird vorne diskutiert und hinten können so viele Bürger kommen, wie sie wollen, die können dort sitzen, da können 100 sitzen, die sind aber nicht mit dabei, die hören nur zu. Wir haben dann hier noch Kameras aufgestellt und dann können die das mit Mikros und einer Wand erfolgen. Sie können auch Fragen stellen, die gehen dann außenrum über den Städtisch Moderation. Was aber der Knackpunkt, um den es hier noch mal explizit geht, dem auch mit anderen Faktoren verbunden ist, dass die Repräsentanten nicht eine Bühne haben, wo sie Zustimmung erzeugen können. Sie sitzen mit dem Rücken zu den Bürgerinnen und Bürgern. Sie haben vorn den Dialog und können sich nicht so umdrehen und sagen, sehen Sie nicht, wir haben doch recht, heben Sie mal Ihre Finger, das soll alles so und so werden. Das ist getrennt und das ist eine tolle Setting, das wirklich Dialog ermöglicht. Jetzt gucke ich mal kurz auf die Uhr. 14.08. Ich würde jetzt noch ein paar Sätze sagen und wer dann noch Fragen hat, können wir versuchen, in dem großen Kreis noch was dazu zu machen. Umgang mit Bürgerinitiativen ist etwas sehr Wichtiges, worauf man Wert legen sollte, sie frühzeitig einzubeziehen, also gleichwertig behandeln, wie Kommunalvertreter persönliche Beziehungen aufzubauen, lokale Treffen, Vertrauensentwicklung, weil Bürgerinitiativen sind die, die sich von allen Stakeholdern in der Regel am tiefsten und am meisten mit einem Projekt beschäftigen und das sollte man auch ernst nehmen und würdigen. Das heißt, Ziel wäre, die Bürgerinitiative zu einem Partner des Vorhabens zu machen und gegebenenfalls eben die Gegner in irgendeiner Art und Weise zu Beteiligten zu machen. Das würde ich mal wegen der Zeit überspringen. Sie können, wir haben hier nochmal einen Praxiscuit, den können Sie sich runterladen zur Öffentlichkeitsbeteiligung, darüber hinaus haben wir noch Ende Juni in Leipzig ein großes Mediationsforum, da können Sie auch drauf schauen, drei Tage, so verschiedene Themen und wir bieten auch seit Jahren eine Weiterbildung zu Mediation und Akzeptanzmanagement bei Planung und Bauprojekten an. Das wäre jetzt erstmal Blick auf die Uhr denke ich bis zu das Ende. So, jetzt können Sie die Moderatoren vielleicht noch irgendwas freischalten oder Sie können mal fragen. dann können Sie die Moderatoren